Die einen überschütten ihn mit Häme, die anderen schütteln nur noch den Kopf. Ein Tennis-Star, abgeschoben als Ungeimpfter. Novak Djokovic ist raus. Hier die Bilder von seinem Flug zwischen Stopp in Dubai. Ja, das sind also die Bilder, nachdem er rausgeflogen ist aus Australien. Ab zu unserem Bild-Reporter Sebastian Kaiser, dort in Melbourne, in Australien. Djokovic rausgeschmissen, fühlt sich Australien. Fühlen sich die Australier jetzt richtig wohl, richtig gut damit. Oder hat man auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, den Tennis-Star, den Weltranglisten-Ersten rausgekickt? Also die Bevölkerung hat, glaube ich, kein schlechtes Gewissen. Also da ist so eher die Meinung, dass alle froh sind. Und das haben ja auch die letzten Umfragen vor seiner Ausweisung oder vor seiner Abschiebung gezeigt, dass die Mehrheit mit 70, 80 Prozent schon dafür ist, dass er das Land verlassen muss. Aber es gibt natürlich immer noch welche, die sagen, vielleicht war das doch nicht so richtig und denen das schlechte Gewissen jetzt so einen kleinen Streich spielt. Allen voran Scott Morrison, der Premierminister von Australien, der schon gesagt hat, wir ziehen in Erwägung, dass er nächstes Jahr wieder hier spielen darf. Obwohl laut Einwanderungsgesetz mit seiner Abschiebung eine dreijährige Visumssperre verbunden ist. Er darf also drei Jahre hier nicht einreisen. Morrison macht ihm jetzt Hoffnung, dass er nächstes Jahr hier wieder spielt. Beschreib uns einmal, Sebastian, die Stimmung dort. Liegt jetzt dennoch irgendwie so eine Art Schatten jetzt über dem Spiel? Davon hat man heute nichts mehr gemerkt. Um 11 Uhr Ortszeit haben die Australian Open begonnen und alles war voll auf Tennis fokussiert. Natürlich kommen in den Pressekonferenzen gerade bei den Starspielern wie Rafael Nadal noch Nachfragen nach dem Fall Djokovic. Aber insgesamt konzentriert sich hier ab heute alles auf Tennis. Man verfolgt natürlich, was mit Novak Djokovic passiert auf seinem Weg über Dubai nach Belgrad. Aber letztendlich ist das nur noch ein Thema am Rande. Auch die Zeitungen, auch die Online-Ausgaben, die rund um die Uhr getickert haben, die sind längst nicht mehr so voll Djokovic-Meldungen, wie es noch bis gestern war. Danke an Sebastian Kaiser nach Australien, nach Melbourne und viel Freude dort bei den Australian Open. Ja, Novak Djokovic abgereist. Wir haben die Bilder aus Dubai gesehen, wo er dann umgestiegen ist und sich in den Flieger nach Belgrad, in seine Heimat gesetzt hat. Dort befindet er sich gerade noch in der Luft, wie wir hören. Wir gehen nach Belgrad, also in die Heimat von Novak Djokovic zu unserem Bild-Reporter Matthias Marburg und wollen natürlich wissen, wie er dort empfangen wird in der Kälte von Belgrad, nachdem er aus der Hitze in Australien raus ist. Also wie wird er empfangen von seinem Volk, von seinen Fans? Ja, es sind hier gefühlt 33 Grad kälter als bei unserem Kollegen Sebastian Kaiser in Australien. Ich muss sagen, die Serben wurden von der Nachricht überrascht, dass er jetzt doch nach Belgrad kommt. Die sind eingeschlafen mit der Gewissheit, dass er nach Marbea fliegt. Entschuldigung, nach Marbea, da hat er ein Haus, da kann er sich erholen. Da wollte er sich auch erholen, so die Nachrichten gestern Abend. Aber in der Nacht kamen dann die ersten Meldungen, dass er jetzt doch nach Belgrad kommt. Und es gibt im Internet schon sehr, sehr viele Aufrufe, dass man doch bitte an den Flughafen kommen möge, um ihn zu empfangen. Aktuell, ich stehe hier am Flughafen, am Nikola-Pestler-Flughafen in Belgrad, ist hier allerdings noch nicht richtig viel los. Es sind aber auch noch ungefähr zweieinhalb, drei Stunden Zeit bis zur geplanten Landung von Novak Djokovic hier. Wie ist denn überhaupt gerade die Stimmung in Belgrad? Auch Djokovic' Eltern hatten sich ja ordentlich ins Zeug geworfen, ihn zum Helden sterilisiert. Wie Jesus würde es ihm gehen? Glaubst du, er trifft dort weitestgehend, wenn sich dann jemand versammelt am Flughafen, auf Unterstützer oder auch auf solche, die sagen, ja gut, dass du wieder hier bist? Sebastian hat ja eben in Australien die Umfragen angesprochen. Es gibt auch hier Umfragen in Serbien, da sind die Ergebnisse genau umgekehrt. Da sind zwischen 70 und 80 Prozent der Leute, die sagen, das war ein Skandal, dass sie ihn abgeschoben haben. Das geht so überhaupt nicht. So was dürfen sie mit der Nummer 1 der Tenniswelt, mit unserem Novak, nicht machen. Entschuldigung. Und er wird auf jeden Fall hier wie ein Held begrüßt. Ich habe hier einmal, wenn ihr ganz kurz warten wollt, die Zeitung von heute. Da sieht man, gestern Abend, Moment, wurde er auf diversen Hochhäusern hier in der Stadt begrüßt. Das Hochhaus, was ich euch gerade gezeigt habe, hatte die Nachricht. Und Nohle, also Novak, du bist der Stolz Serbiens. Und das ist hier auch wirklich das allgemeine Gefühl in der Bevölkerung. Also wir warten auf Novak Djokovic, der da in Kürze in Belgrad erwartet wird. Hinter sie sehen wir den Flughafen. Sag noch einmal ganz kurz für unseren Zeitplan, Matthias. Wann wird der Joker dort erwartet? Wann ist seine Ankunft geplant? Die Ankunft ist geplant für 12.10 Uhr mit Fly Dubai, was eine Billigfluglinie ist. Aber auch die haben eine Business Class. Aktuell sieht es so aus, als würde er ein paar Minuten früher landen. So gegen 12 Uhr ist jetzt der letzte Stand. Und das am VIP-Terminal. Das heißt also, sie werden versuchen, ihn irgendwie vielleicht sogar schon von der Landebahn zu holen, um ihn so ein bisschen abzuschirmen. Das wird man sehen, wie genau das geplant wird und wie das genau am Ende dann durchgeführt wird hier. Matthias Marburg, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Bibband dort am Flughafen von Belgrad, wo in einigen Stunden Djokovic dann auch wieder zu Hause eintreffen soll. Und wenn er denn ankommt in Belgrad, dann sind Sie mit uns dabei hier bei BILD LIVE. Aber wir schauen noch einmal rein in diesen ganzen Krimi Novak Djokovic, der sich über mehr als eine ganze Woche zog. Das Ende eines elf Tage andauernden Krimis. Tennis-Star Novak Djokovic verlässt Australien, steigt in den Flieger und reist aus Down Under aus. Wie ist es dazu gekommen? Ein Rückblick. Der sarbische Tennis-Profi will für die Australian Open nach Australien reisen. Problem, er ist offensichtlich nicht gegen Corona geimpft. Am 5. Januar tritt er dennoch den Weg nach Melbourne an, wird aber bei der Einreise von den Behörden abgewiesen. Sein Visum ungültig. Er muss mehrere Nächte in einem australischen Abschiebehotel verbringen. Die Entscheidung sorgt für Diskussionen. Es kommt zu zahlreichen Protesten in Serbien und Australien. Der Fall Djokovic spaltet die Tenniswelt. Der ehemalige Wimbledon-Sieger Michael Stich hat zum Fall Djokovic eine klare Meinung. Ich glaube auch, dass die Diskussion gar nicht mehr um Geimpft, Gefahr, Nicht-Gefahr, es geht jetzt ums Prinzip. Es gab Regeln. Man hat sich, so wie man das verfolgen kann, nicht an diese Regeln gehalten. Ich hätte mir gewünscht, dass der Tennis-Australia gesagt hätte, bei uns dürfen nur geimpfte Spieler spielen. Dann hätte es diese Diskussion überhaupt nicht gegeben. Am 10. Januar dann plötzlich positive Nachrichten für Djokovic. Ein Gericht entscheidet, dass der Serbe doch einreisen darf. Er kann seine Vorbereitung auf die Australian Open fortsetzen. Am vergangenen Freitag dann die erneute Wendung. Das Visum des Tennis-Stars wird zum zweiten Mal für ungültig erklärt. Die australische Regierung verschärft den Ton gegenüber Djokovic. Volle Breitseite gibt es auch von Tennis-Star und seinem sportlichen Erzrivalen Rafael Nadal. Ich sage euch eins. Ganz klar, Novak Djokovic ist einer der besten Spieler der Geschichte. Zweifellos. Aber es gibt keinen Spieler in der Geschichte, der wichtiger gewesen wäre als ein Turnier. Und dann ein Event. Auffällig, während seiner Zeit in Australien liefert Djokovic immer wieder widersprüchliche Aussagen. So soll er am 16. Dezember 2021 positiv auf Corona getestet worden sein. Kurz darauf tätigt er jedoch weitere öffentliche Auftritte. Gibt unter anderem ein Interview mit der französischen Zeitung L'Equipe. Sonntag, 7.56 Uhr, deutscher Zeit. Die endgültige Entscheidung. Für Djokovic heißt es Raustralien. Aber die Diskussion über den Tennis-Star wird weiter anhalten. Und auch hier hält die Diskussion natürlich weiter an. Und zwar mit unserem Bild-Sportchef Matthias Brügelmann bei uns im Studio. Ein unfassbarer Krimi, Matthias, den wir gerade verfolgt haben, der jetzt zu einem Ende gefunden hat. Wie bewertest du das? Wie findest du das? Er ist rausgeschmissen, er ist nicht dabei. Du hast geschrieben bei uns in der Zeitung, hast gesagt, eigentlich gibt es nur Verlierer. Gibt es nur Verlierer oder gibt es nur den einen Verlierer? Also erstmal ist, glaube ich, diese Entscheidung erwartbar und konsequent gewesen. Wenn man sich anschaut, welche Regeln in Australien gelten. Und da kann man sich das ganz einfach machen und sagen, man darf nur durch geimpft einreisen. Djokovic ist nicht geimpft. Und insofern völlig klar, dass er das Land verlassen muss. Dementsprechend sind ja auch die Umfragen zum Beispiel in Deutschland ja sehr, sehr klar. Bis zu 90 Prozent halten das für gerecht, weil eben die Regel korrekt angewandt wurde. Der zweite Punkt, der mir ein bisschen zu kurz kommt, ist, macht denn diese Regel überhaupt Sinn, die in Australien herrscht? Warum soll ein Tennisspieler, der gesund ist und negativ PCR-getestet ist, nicht ein Tennisturnier spielen? Das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Verlierer gibt es in jedem Fall jede Menge. Natürlich Djokovic, der zum einen nicht spielen darf und der zum anderen auch viel dafür getan hat, finde ich, dass er als Vorbild im Sport einfach nicht mehr taugt. Speziell wegen dieses PCR-Tests. Also positiv PCR-getestet und dann Termine mit anderen Menschen wahrzunehmen, ohne die vorher zu informieren über das Risiko. Das geht halt einfach gar nicht. Auf der anderen Seite aber auch die australische Politik. Also man muss sich nochmal klar machen, der Einwanderungsminister Alex Hawke sprach bei Djokovic von einer Gefahr für die öffentliche Ordnung, wenn er im Land bleibt. Ja, das ist für mich eine Formulierung, die benutzt man im Zusammenhang mit Verbrechern, mit Terroristen möglicherweise und doch nicht mit einem Tennisspieler, der ungeimpft an einem Turnier teilnehmen will. Also das waren brutale zehn Tage für alle Beteiligten und am Ende nur Verlierer. Man hat diesen Mann kriminalisiert. Jetzt hören wir von Sebastian Kaiser aus Melbourne. Na jetzt endlich der Fokus auf Tennis, auf Australian Open. Jetzt wird endlich gespielt. Jetzt ist man erleichtert, dass der Tennissport im Mittelpunkt steht. Aber bei dem, der gewinnen wird, die Australian Open, wird man doch immer sagen, naja, Djokovic war halt nicht dabei. Der Joker war halt nicht dabei. Wenn unser Alex Zverev jetzt gewinnt, wird man sagen, naja, ist schon schön, aber Djokovic war nicht dabei. Absolut. Das ist der Makel, der an dem Australian Open Sieger 2022 haften wird, dass der vermutlich aktuell beste Tennisspieler der Welt nicht dabei ist. Darum, wenn Zverev es irgendwie steuern kann, wann er sein erstes Grand Slam Turnier gewinnt, fände ich es auch besser. Es wäre eins, bei dem Djokovic dabei ist, sei es die French Open, sei es Wimbledon oder vielleicht die US Open. Wie geht es mit Djokovic jetzt weiter? Dieses Problem, ungeimpft zu sein, wird ja auch bei anderen Turnieren noch eine Rolle spielen. Was bedeutet das jetzt für ihn als Sportler? Ich denke, Djokovic hat, falls er Deutsch versteht, gerne gehört, was Drosten aktuell sagt, dass sich also Corona jetzt nach und nach erledigen wird. Vermutlich wird ja spätestens 2023 diese Einschränkungen gar nicht mehr geben. Die French Open, das nächste große Turnier, haben auch keine Impfbedingungen aktuell. Also da könnte er spielen. Und ich glaube, dass Djokovic, das ist ja ein Supersportler, das steht ja außer Frage, ein Mentalitätsmonster, der wird jetzt durch diesen Ausschluss eher angestachelt. Ich glaube, der sagt sich jetzt, jetzt erst recht. Und jetzt zeige ich allen, dass ich der Beste bin. Und wenn ich nächstes Jahr in Australien einreisen darf, dann schaffe ich das, was seit Jahrzehnten keiner mehr geschafft hat, alle vier Grand Slam Turniere in einem Jahr zu gewinnen. Ich glaube, jetzt er packt es. Gibt es sowas wie eine kleine Solidarisierungswelle mit ihm? Er war nie besonders beliebt. In der ersten Reaktion haben sich alle von ihm abgekehrt. Boris Becker, Riesenfehler, sagt er, den Novak Djokovic gemacht hat. Rafa Nadal sowieso total gegen ihn. Auch Alex Zverev am Anfang gegen Novak Djokovic. Gibt es jetzt sowas wie eine leichte Solidarisierungswelle, dass man sagt, okay, das war jetzt schon knallhart. Und wir wollen doch auch wieder gegen ihn spielen demnächst, gegen den Novak Djokovic. Ich glaube, das hängt entscheidend davon ab, welchen Ton Djokovic jetzt anschlägt. Man hat ja schon bei seinem ersten Statement nach der Ausweisung gehört, das war schon deutlich Moderator. Ich bin extrem enttäuscht, aber ich kooperiere jetzt mit den Behörden. Ich glaube, wenn er jetzt jede Gelegenheit nutzt, um wieder das aus seiner Sicht widerfahrene Unrecht da anzuprangern, dann wird es schwierig für ihn. Aber wenn er jetzt eher da etwas leisere Töne anschlägt, dann glaube ich, wird sich auch bald wieder sehr sich bei ihm auf das Sportliche fokussieren und nicht mehr der erste Satz sein, ah, das ist der, der versucht hat, ungeimpft in Australien einzureisen. Also, Empfehlung jetzt, den Ball flach halten, dann kann über das Ganze vielleicht... Gut, für uns wäre es natürlich spannender, wenn die Action in Serien weitergeht. Gerade die Familie ist ja in letzter Zeit bei den Pressekonferenzen... Schau da schon nochmal auf den Vater. Auch sehr offensiv aufgetreten, wir werden es sehen. Ich glaube nicht, wir werden es sehen und wir werden es vor allem auch hier sehen. Matthias Brüggemann, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns.